Schönen guten Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung. So, wo sind wir denn jetzt gerade, Schatzi? Wo sind wir? Sag noch mal lauter, ist jetzt wieder unangenehm hier. Wir können ihr ruhig erzählen, dass wir 89 Follower auf YouTube haben. Was machen wir heute im Hafen? Rettboot fahren. Ja, guck mal hier, guck dir das an. Hier geht es einmal wunderschön in den Hafen und da hinten, warte. Caro wartet schon auf uns und Frankie und Flo und sind heute auf jeden Fall einige am Start. Kamina, ist es wieder ein bisschen unangenehm hier. Kamina ist ein bisschen unangenehm wieder hier zu filmen, wenn die Leute... Wegen der geglätteten Haare. Wegen der geglätteten Haare, natürlich. Einen wunderschönen guten Tag. Einmal schönster Hafenrundfahrt, genau. So, hier geht es nämlich hier rein. Da, schaut es euch an, die Ripp-Piraten. Da hinten. Da hinten sind sie. Genau. Guck mal, wer da ist. Das ist die Caroline. Juhu. Ich habe mich schon sehr gefreut auf euch. Oh, Juhu. Ein wunderschön. So, was ist mit dem Wetter? Was hast du damit gemacht? Ja, ich habe bestellt um zwei. Um zwei. Und rein hier. Leute, ab geht die wilde Fahrt hier. Oster Tour. Los geht's. Wir haben einen Hasi dabei. Ja, einen richtigen Hasi. Einen richtigen Hasi. Ja, groß. Ja, groß. So Chefin, muss ich jetzt was sagen? Ja klar muss ich jetzt was sagen. Was machen wir denn jetzt hier gerade? Wir machen wie jedes Jahr unsere Ostertour und verteilen ein bisschen Schokolade an die ganzen Touris. Länger Schokolade, die liegt ja vorne. Länger. So, wir hoffen das noch ein bisschen Sonne kommt. Und dann... Jetzt fahren wir in die Hafencilly erst mal. Fahren wir in die Hafencilly, ne? Rafa, was hast du dazu? Wir fahren in die Hafencilly. So Leute, jetzt wird hier lecker Naschen verteilt. Hier ist der Hase. Guck mal hier, wer ist noch so ein Hase hier? Noch ein Kamera. Was machst du denn hier eigentlich? Ein gutes Video. Ein gutes Video? Für die beste Bootstour. Was hast du denn hier leckeres Geburtstagskrin? Schleckerli leckerli. Schleckerli leckerli. Schleckerli leckerli. So, das machen wir jedes Jahr für die ganzen Kiddies und sind dann immer mit den drei Booten hier unterwegs. Und wie gesagt, in der Beschreibung, Videobeschreibung, hau ich nochmal einen Link rein für die Stelzer Hafenrundfahrt hier im Hamburger Hafen. Herrlich, bei bestem Wetter. Berufung hier, wa? Ich sag's dir. Und? Schock. Geil. Absolut geil. Das Schreien in den Gesichtern, das ist der Wahnsinn. Der absolute Oberknaller. Nur blaue Elbe geheimnis-Sondag. WCs mit warmem Wasser spülen. Hier, für deine Stimme. Gib's doch mal was leckeres. Bitteschön. Froh Ostern. Fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern für Jung und Alt. Für allem was da war, wa? So Schatzi, haben wir ja alle Glück gemacht? Ja klar, dafür bin ich da. Das ist meine Mission heute. Die Mission hier heute, ne? Mission erfüllt. Da haben wir schön ein paar Osterhäschen verteilt, ne? Ja. Ja. Geil. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ne, ich bin heute nicht so. Bist du heute nicht so? Im Modus, ne? Bin ich so Mut. Ich merk das so. Leute, was sagt ihr? Ich geh nur auf, wenn ich bekehrt bin. Genau. Meine völlige Erfüllung. Die völlige Erfüllung. So, jetzt geht's wieder zurück in den City-Sporthafen. Da ist das Zuhause der Ripppiraten. Und nicht vergessen, im Sommer beste Tour für den Hamburger Hafen. Das geht quasi entlang. Hinten, also hier an den Landungsbrücken. Und dann geht das raus, Elbstrand vorbei und dann feuerfrei. 45 Knoten und Attacke. Voll geil. So, jetzt muss ich mal die anderen Fotos, die anderen Bote mal wieder ranpfeifen. Mal den hübschen Fini an, du. Fini, meine Herren, du. Der hübscheste Video-Creator überhaupt. So, junger Mann zur Mitreise gesucht. Ja, mit denen nicht. Nee. Also junger, junger Mann. Hallo, hallo, hallo. Na hört mal. Ich komm rein. Oh, keine Hilfe. Warte, darf ich mich einmal durchquengeln hier? Oh, warte. Wer sind Sie eigentlich? Sorry, du Model. Sorry, du Model. Paul. Paul. Mein Name ist Paul. Ja. Das ist hier übrigens der Mann. Also wie viele Kilometer bist du auf der Elbe gefahren? Sag mal. Ja, einmal rum, ne? Einmal um den Quador, ne? In drei Jahren. In drei Jahren. In drei Jahren. Leute, also wenn einer Erfahrung hat, dann ist das der Mann hier. Und wer auch noch Erfahrung hat, mit Kamera-Equipment und so weiter, das ist dieser Mann hier. Na hör mal. Na hör mal. Guck mal, die Frauen hier im Element. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Dankeschön. Lauter glückliche Gesichter hier, oder? Dankeschön. Tschüss. 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 Der Bunny Express. Der Bunny Express. Jetzt liegen wir vorne so tief. Was ist das hier? Der Bunny Express. Der Bunny Express. Der ist nicht einer. Der. Na, Hasi. Mir befreit mich. Ich. Komm her. Ich zieh dir die Ohren lang. Geile Nummer. Habe fertig. So. Durch sind wir. Mit der... Bisschen durch den Wind. Bisschen durch den Wind. Das ist strömisch draußen. Ja. Einmal die schöne jährliche Ostertour. Bisschen... Bisschen... Bisschen heißer geworden. Ein paar Hasen verteilt. Ein paar Hasen verteilt. Ein paar Hasen verteilt. Kinder und Erwachsene gleichermaßen glücklich gemacht. Ja. Ja, ne? Ja. Das war schön. Das war schön. Komm auch vielleicht noch so einen leckeren Piccolo, ne? Ein bisschen Sekt gab's. Ein bisschen Sekt. Ein Bierchen. Und herrlich. Also, Rib Piraten findet ihr. Pass auf. Da ist die Elfi. Da hinten. Hier fangen die Landungsbrücken an. Hier ist Baumwall. S-Bahn-Station. Und dann lauft ihr da oben lang. Über die Brücke. Hier einmal entlang. Klack. Da ist hier ein Hausboot. Und da vorne sind die Rib Piraten. Also, Leute. Mach doch mal. Komm. Guck mal. Da hast du gleich die Gänse hier, wollte ich gerade sagen. Die Ente. Verschreckt. Ne. Also, wenn ihr darauf Bock habt, bucht auf jeden Fall eine Tour im Sommer. Ultra geil. Ich kann euch immer empfehlen die abendliche Tour. Beste. Hafenrundfahrt Hamburg. Beste. Hafenrundfahrt Hamburg. Genau. Und die schnellste. Die allerschnellste. Die allerschnellste. Ich sag euch das. Wir sind so schnell. Wir sind so schnell. Wir sind so schnell. Ja. Ne. Müsst ihr einfach mal machen. Und ich empfehle euch die abendliche Tour zu nehmen. Beziehungsweise. Die Sundowner Tour. Die Sundowner. 18 Uhr. Und dann bei Sonnuntergang mit den Kränen in der Sonne. Herrlich. Richtig schön. Also, wir verabschieden uns für dieses Video. Ja. Wenn wir sowas mal öfter machen sollen. Schreibt das in die Kommentare. Wenn nicht. Lass checken. Lass einfach checken. Ne. Schreibt in die Kommentare. Abonniert uns. Wir freuen uns darüber. Schauen wir was wird. Was wird.